hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wann bin ich auf einmal müde zu einer weiteren folge irgendein klicker simulator in diesem projekt spielen wir irgendeinen klicker simulator ok so langsam wird der gag auch langweilig so ja wieder mit dabei ist lukas der was zeigen wollte ja das ist das krasseste pet was ich gerade hab ja moin soll ich dir mein team zeigen wenn ich auf den kurs drückt oh gott leute was kommt jetzt leute dazwischen kommt ja noch beta kommt ja noch kuh und dann und dann kommt schon qa ja okay aber da mein gott ja wohl jetzt versuchen weiterzukommen wenn es nicht geht gebe ich den pet ok ich weiß jetzt nicht ich schätze war ja wohl der simulator hat schon ein paar mal geupdatet schätze ich also wir waren wartet kurz ich muss jetzt erst mal die pets weg machen wird das wird ja sonst ich habe sie angeklärt nicht mal meine warte musste das stehen das show my pets muss auf im menü und dann schauen wir bei diesen einstellungen hier so dann guck mal komm mal zu sie ja besten in sie warte ich warte muss was und was ist das was ach so diese jetzt ist das mit acht ja morgen aber auch den cool ok oder kennst du dieses das schilder ist an der maus okay okay dann mache ich jetzt wieder versteck alle pets ne warte so okay wir benötigen für die nächste dimension ich habe 3,5 qa gems für das portal ja kann ich mir noch nicht leisten ich habe oc also noch einmal hier rein jetzt bin ich gespannt ui dankeschön so leute jetzt sollten wir auch schnell das haben du musst halt viel rebirthen weil du brauchst qa gems er wurde der vierte ja stimmt ja ich habe ja kein premium mehr weswegen ich nur noch drei also irgendwie gab es da zahlungsprobleme ich weiß auch nicht warum aber ich schätze mal jetzt also wir haben ja ein benzinauto und ich sag mal so wenn ich mir jetzt die benzinpreise angucke weiß ich nicht ob man gut einmal im monat fünf euro ach gut ne vor einem feuer du weißt ja wie selten es ist wenn zum beispiel nur man pets hat wo 100 existieren ne ja in diesem game ist das schon krass genau als das master update rauskam habe ich gespielt ich ziehe das epic was steht da 1 exist ui ich hab da von ersten auf handy instanten screenshot gemacht ich hatte das einzige epic im game das ist krass ich hoffe die haben jetzt die prozente für den optionauten nicht seltener gemacht weil wenn doch wird das hart wie nachts am vater zu granken mhm wenn der optionauten seltener ist ich glaub ich brauch jetzt 150 t aber das ja naa etwas seltener geht aber ich schätze schon mal ein paar eggs mal gucken was ich ziehe sooo ok und da haben wir genug 52 t ich hoffe ok ok so viel brauche ich gar nicht mehr ich brauche das 75 t ok jetzt benötige ich ok 19,8 qa anzure ok ok bagus ok 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 also dauert jetzt nicht lange Ah cool, ich hab'n Mars und'n Lone Voyager gehetzt. Cool. Ui. Wolltest du schon immer warfen, Mars? Hm. Jetzt gehört der Mars-Diop. Ui, dankeschön. Also das ist irgendwie noch mal 10.000 mal so gut wie alle deine Pads? Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr kriegt Pads und N-O. Warte. Ist N-O mehr als Q-A? Äh, du brauchst Q-A Gems. Ahhhh. Okay, cool. Trending. Also es kann auch sein, dass ich das ähm hab, weil ich ähm... Das kann vielleicht daran liegen, dass ich so viele Legendäre ziehe, da ich ein bisschen Paid Wins hab. Hm. Aber das war schon früher. Ja. Da hab' ich mir so Triple Egg, Fast Egg und so geholt. Hm. Ja und sicher, also für mich zum Beispiel ist es ja so, dass ich ja das Spiel natürlich auch spiele, weil es mir zum Teil Spaß macht. Aber halt auch zum Teil, weil ich natürlich für YouTube, ähm, das Spiel aufnehme. Und da ist es halt einfach so, da kann ich jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang brauchen, um irgendwie einen Fortschritt zu erzielen. Hm. Ja, zum Beispiel Waschmaschinen Simulator, da hab' ich zum Teil auch, äh, lange mal gebraucht. Und sowas könnte ich halt einfach nicht bringen, weil das ist halt... Guckt sich ja, also das würdet ihr ja bestimmt nicht mögen. Weil niemand guckt sich nen... Eine-Stunde-Video an, wo man kaum Fortschritt hat. Das ist dann mehr so ne Livestream-Angelegenheit. Ui... Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja gut. Thanks for playing. Ui, das ist aber schön. Okay, also hier gibt's nochmal ne Menge, ähm, Dimensionen. Okay. Hello. 2 QR-Weep-Loft-Button. Ich geh auf 10 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 QR-Weep-Loft-Button. Ach das schon ne Livest? Ja. Okay. was brauche ich überhaupt hier für die dimensionen dc nur ich glaube das ja gut also wir haben gerade mal chillig eine dimension quasi übersprungen ok aber hier die können wir nicht überspringen ok wir haben gleich 10 QA ist halt ein bisschen nervig dass so eine pause gibt warte so und so lange bis du wieder rebirthen kannst das ist ein bisschen nervig aber ok 10a rebirthbutton 10 QA ahja 10 QA also ich kann mir den auch easy holen ok wie viel kostet der nächste 50 QA oder 250 ich würde sagen 250 soll dann sicher kein ding sein ok wir können uns aber auch den für 50 QA holen ja mh 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 machen krass so Juma Fika Projekte ok mach das ui oh D ist gekauft ok alter es geht jetzt richtig ab ok ok so 8 qi brauchen wir jetzt ok ja gut aber 8 qi ist ja eigentlich nichts so 50 qi würde ich sagen ja wir können die ja ruhig der Reihe nach durch machen ok jetzt muss ich schon wieder ein bisschen selber klicken aber es geht trotzdem immer noch richtig schnell wie viel Geld hast du gerade als du klickst ähm U D ist gar nicht mehr so viel ich dachte jetzt du wärst schon bei D D oder T D hm 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 ja warte ok jetzt bin ich bei D T du meinst T D genau da kannst du dir doch schon die Hologrammdimension holen wie viel kostet die 600 D D ok gut so viel hab ich dann auch noch was ey du hast doch gesagt du hast T D ne D D ach ist blöd gäh die Klinge halt wirklich so gleich die Klinge halt wirklich so gleich sag einfach D D und T gleich hm so und oder probiert ab sie die und auch und okay ich überlegt ich überlege hat was ich mir jetzt holen also Pets macht glaube kein Sinn jetzt weiß ich auch warum man sich mehr im etat platz holen kann ja warum weil das ist einfach so lange dauert also es dauert lange aber wenn ich halt über Nacht haben wir gehen es wird er mit dem Spiel das ist nicht auch zu gewinnen ich will aber auch nicht auch zufrieden weil ich sie verschenken will nur dann kann ich halt nicht richtig für mich fahren aber aus dem Tier verschenke ich es ja fast niemandem außer ein paar Fans mhm also könntest du nicht mal Auto deleten mhm okay ähm ich würd sagen das wars auch mit dem Video schon ähm falls euch dieses Video gefallen hat gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben abonniert auch gerne diesen Kanal wenn euch dieser Kanal gefällt äh ja und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare und ja ich mach jetzt Abendbrot von daher bis zum nächsten Mal und tschau und tschau und tschau und tschau und tschau und tschau